Hallo. Geh ich spazieren. Wie geht es, dass da jemand raus und reingeht und es merkt keiner was? Ehrlich, sie hat nichts dabei gehabt. Sie hat gesagt, sie geht spazieren. Und warum ist dann das Zimmer ausgekriegt? Das weiss ich nicht. Sie hat gesagt, sie geht spazieren. Das weisst du nicht. Wofür zahle ich euch zwei Trotteln, wenn ihr von nichts Ahnung habt? Ich war immer in der Rezeption. Sie hat gesagt, sie geht spazieren. Aber sie ist jetzt weg, die Beste. Das Gepäck geht da, oder? Oder? Hast du ihr was gesagt? Nein. Ich bin doch nicht deppert. Es ist noch die Monatsmitte schuldig. Fünf Kilo. Wer zahlt mir das jetzt? Ich soll euch sagen, wer das zahlt. Ich ziehe es euch an, das Monat. Jeden die Hälfte. Verstanden? Fahren wir jetzt. Ja. 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 Ja.